Wusstest du, dass wenn du die Hände nach oben nimmst oder dich anlächelst, dein Körper und jede Zelle deines Körpers glaubt, dass es dir gut geht? Also, falls du heute mal das Gefühl hast, du brauchst eine kleine mir geht's gut Spritze, die Hände nach oben nehmen, einlächeln und du wirst sehen, es wirkt in einer Sekunde. Genieß dich und sei gut mit dir. Vielen Dank.